Oh hey, check das aus, das musst du sehen. Genau das hier ist das, was wir wollen. Oh man, was ist los mit dem Ding? Egal. Pass auf, Cook fährt vorne weg. Wir fahren hinter ihm, quietschen, reifen, driften und so, alles wie immer. Und dann, aus dem Nichts, schießt AJ plötzlich vorbei. Wir fahren auf die I-5, AJ trifft die Leitplanke, fast erwischt es ihn. Mit acht Wagen rasen wir im irren Train mit nem Wahnsinn-Sweet. Was zum Teufel, Robs? Ich dachte, wir machen noch was. Ja, wir treffen uns hier. Oh man, du gehörst jetzt auch zum Zirkus dazu, hm? Hat Travis dich geschickt? Was? Nein. Nein, ich war, ich war gerade im Diner. Jeder erzählt vom Hype. Ein Haufen Idioten auf dem Freeway. Das war's mit meiner Einladung, ja? Dachte, das wär nicht deine Szene? Ist es nicht. Also ihr steht eher auf Klasse, ja? Bin raus. Vergiss ihn, er ist nur neidisch. Also jedenfalls, werden wir zusehen, dass wir beide genau denselben Speed erreichen wie die. Wir kriegen dich schon noch auf den Risky Devil Style. Amen. Vielen Dank.